hallo ich kämpfe nicht für irgendetwas jetzt ich kämpfe nicht dafür dass die welt gerettet wird ich kämpfe nicht für meine existenz ich kämpfe nicht für sicherheit nein ich kämpfe auch nicht für wohlstand ich kämpfe ich kämpfe nicht ich kämpfe nicht für liebe ich kämpfe nicht für 6 ich kämpfe nicht für drogen ich kämpfe nicht für anerkennung ich kämpfe nicht für die veränderung ich kämpfe nicht des kämpfens willen ich kämpfe nicht um mich zu verteidigen zumindest jetzt nicht was später ist das interessiert mich ja auch jetzt gar nicht weil ich kämpfe auch nicht für eine zukunft ich kämpfe nicht für mich ich kämpfe nicht für irgendwen anderen ich kämpfe nicht für erweiterung oder verbesserung ich kämpfe nicht für erleuchtung oder erkenntnis ich kämpfe nicht ich kämpfe auch nicht für den frieden nein ich kämpfe nicht für den frieden ich kämpfe für gar nichts ich kämpfe ich kämpfe einfach nicht was soll ich machen ich habe keine lust zu kämpfen ich habe es einfach satt ich kämpfe 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 ich